Der Bahnhof. Eine Bushaltestelle. Eine Gruppe Schulkinder überquert den Zebrastreifen. Ein ungeduldiger Autofahrer. Juzo und Tokien sitzen auf der Veranda. Ehrlich gesagt, so wie er ist, geht einem der Text bloß auf die Nerven. Könnten Sie das freundlicher sagen? Er war ein ziemlich berühmter Fotograf. Er redet aber nicht so gern darüber. In der letzten Szene willst du jetzt gar nichts mehr sagen? Du drückst dich davor. Hör auf damit. Sie ist mein Herz. Auch wenn sie für mich nutzlos geworden ist. Sie ist mein Herz. Wenn man das Allerwichtigste, das man hat, verliert, dann ist das schrecklich. Kann ich für die letzte Szene vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit haben? Das Knirschen deines Herzens. Das habe ich manchmal gehört. Warte. Ich komme zu dir. Also warte einfach dort. Von Warte. Ich bin da. 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 Mein Herz.